Wir sind darauf spezialisiert, mit Möbelhändlern zu arbeiten, damit die mit ihren Möbelhäusern mehr Umsatz machen. Und das einfacher, mit mehr Spaß und einer angenehmeren Atmosphäre. Wenn das für Sie gut klingt und Sie bereit sind, dafür Zeit, Energie und Geld zu investieren, dann sollten wir reden. Fangen Sie heute noch an, indem Sie eine tiefgreifende Verkaufspotenzialanalyse mit mir buchen. Die ist kostenlos. Da werden wir Ihre Ist-Situation im Verkauf analysieren, das heißt genau rauskriegen, was schon gut läuft und was Sie gerne geändert hätten. Wir werden das Potenzial Ihres Möbelhauses ermitteln gemeinsam, mehr Umsatz bei der gleichen Frequenz zu machen und Sie werden einen Eindruck über die Strategien gewinnen, die Sie anwenden können, um diesen Mehrumsatz tatsächlich reinzuholen. Ich werde Ihnen in diesem 90-Minuten-Gespräch eine Strategie erarbeiten, die Sie dann umsetzen können, ob mit uns oder ohne uns. Erst danach entscheiden Sie sich für den nächsten Schritt und der nächste Schritt ist nicht das gesamte Durchsetzungsprogramm, sondern zunächst mal ein Impulstag. Ein Impulstag ist eine Möglichkeit, wo Sie und Ihre Kollegen aus der Verkaufssteuerung, Ihre Führungskräfte unseren Ansatz, das heißt das Programm, einen Tag sozusagen Probe fahren können. Erst danach treffen Sie überhaupt eine Entscheidung. Aber der erste Schritt ist die Verkaufspotenzialanalyse. Sie investieren nur 90 Minuten Ihrer Zeit. Sie ist kostenlos und unverbindlich und Sie haben auf jeden Fall die notwendigen Strategien, um Ihren Verkauf danach anders aufzustellen, mit oder ohne uns. Also greifen Sie jetzt zum Hörer oder schicken Sie mir eine E-Mail.